was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an zuschauer und abonnenten wir spielen heute in london 2012 olympia zusammen mit dem mcmanus den joshio depaui hallo so es geht los mit hochsprungen ja zum leid ich bin konzentriert wie ihr hört ich habe jetzt diese schmach der letzten male nagt er mich konnte auch ein paar wochen nicht schlafen ja 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 ich habe die höhe nicht eingestellt 18 macht erst mal eine höhe gesetzt kriegen zum üben da kommt jemand nicht über 1,50 m habe ich das gefühl dann reicht eigentlich wenn du durchläufst bei 1,50 m also du musst anlaufen linkers klick nach oben und dann noch mal die beine nachziehen und die beine sehr spät nachziehen so als tipee kussi ja ja läuft auch du machst der Klammer 1,78 guck der jung oh Pauli 1,92 bist du ich bin 92 wo ist nächster wie er der ist hoch das stimmt da ich legasthenica bei diesem springen bin nein ich habe alle uns gelassen oh weh du musst ja mal ein bisschen draufpacken auf deine lade hier oh Pauli ich bin gespannt was Pauli macht ich zeige 2,6 2,10 ja 2,4 ja 2,4 ja 2,4 oh das war zu hoch der anlauf das abspringen geht mittlerweile bei mir aber der anlauf eher das ist oh oh Fußsohle hinten nein sieh doch hoch die beine was ist da bei dir sie mit dem konto oh okay heisse nein ich hab so Entschuldigung warum zieht er der nicht hoch so sprüh die füßkackig der wär nicht gut gewesen so sprüh die ganze gedrückt ja das schaue ich nicht oh je ja leck mich was hm der schnüffelt doch irgendwas ich bin dafür dass da mal jemand dann kommt und den prüft hehehe Bruder muss groß das warum zieht er die beine denn nicht hoch was ist denn mit ihm du drückst du früh kann sein ja Oh, Glück gehabt. Ja! Passt recht, Dino, danke. Ja! Bitte nicht. Weißer. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja! Oh, Freezy, Alter, du Drecksack. Sehr gut. Tschüss. Die Hoffnung war da. Gold, Baby! Gold, Baby! Weißt du, die erste Disziplin? Nee. Die erste Disziplin Gold, ja. Ganz easy, sage ich immer. So, jetzt wollen wir mal gucken, wer von euch hier saft in den Eiern hat. Was in den Eiern? Saft. Ach, saft nicht auf Sachsen. Ach, ding. Nicht die lightest, aber nicht die höchste Bar, die dieser Lifterer hat ever auf seinen Kopf. Füßi! Ja, was denk du? Ja, ich fühl's voll drücken! Oh, was? Komm her, komm her, komm her, komm her! Der Augenrecker 204 drauf, ich hau mich weg, ey! Okay, gut, sind nur drei Versuche, okay! Na komm, es nützt nix, ey! Oh, er bricht zusammen! Oh je! Plumps! Ich wusste es! Das darf doch nicht! Warum hast du denn abgekackt? Wuh! Wuhuhuhu! Frizi, weil du zu schwach bist! Oh, wow! Du bist ein schwacher! Einfach so wie die Saften in der Eier, ne? Ja, Maik hat's nicht so drauf mit Gewicht hier nur! Oh, jetzt geht's um die Wurst! Nein! Oh! Ah! Du kleines schwächliges Arschloch! Entschuldigung! Ja, ich mein, der ist rot geworden im Gesicht auf alle Fall! Ja, ich aber auch! Der hat abgebrochen! Ich weiß, was Kilo ist zu viel! Wie viel? Ein Wunder! Oh, da hab ich mehr von euch erwartet, Freunde! Da hab ich mehr von euch erwartet! Der Frizi ist total enttäuschend auch irgendwie! Das ist ein Bär wie ein Kerl! Äh, Kerl wie ein Mann! Nein! Kerl wie ein Baum wie ein Kerl! Was? Okay, drei Meter Turm habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin! In drei Metern! Da hast du noch nicht viel Zeit, oder? Nee, das ist abspringen! Hm. Ja. Noch später drücken? Echt? Oh! Oh, Klautra! Okay. Okay, Freunde! Waiting for the sun! So far so good for this athlete! And there's no doubt in my mind, they can improve on that with this next attempt! Ja! Guck mal einfach nicht gerade rein! Aber was man in drei Meter alles machen kann hier? Ja, das ist richtig! Ja, das ist richtig! Okay, der war besser! Ja, der war nice! Boah, war die Noten genommen! Das war ein Arschloch! Ja, war aber! Alter! Ich bin hoch vom Freunde! Ja, der war's nicht! Oh! Oh, Klatscher! Glück gehabt! Oh, 10-5! Es geht schon wieder los. Es muss groß. Uh, jetzt wird es aber interessant hier. Das war richtig verschissen. Das war nice. Das war scheiße. Au, au. Das ist diese Springerei, das ist nicht so meins. Nee. Aber du schaffst es wenigstens mehr als ich. Also, das ist ja, ja. Ach, guck mal. Nein. Ach, es geht schon. Oh, nein. Oh, Gott, das Rufen, Joey, hier wieder angestarrt, ey. Scheiße. Oh, aber trotzdem noch Gold geholt. Ich kann das einfach nicht. Ich kann dieses Spiel. Ich wollte keine Goldmedaille abgeben. Mist. Na gut, Silber. Oh, jetzt aber, Pauli. Kanu. Ja, Kanu. Das ist nicht meins. Nee, das ist Köln. Ich muss noch mal eine Steuerung gucken. Die habe ich schon mal vergessen. Auf andere Spieler warten. Und ich will meine Steuerung rein. Steuerung. Paddel ist left. Los, auf geht's. Ach, lol. Lass mich warten. Ich will alle raten. Du haust auf den. Ja, ja. Aber es geht erst nach dem ersten Tor los. Ja. Ja, nice. Ach, super. Gott, gibt da Strafpunkte hier. Oh, je. Was? Ventur vergessen, echt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe 84 Strafleger. Oh, was? Wie geht denn das? Ja, jedes Mal, wenn du die Mauer berührst, sowas, du kannst ja schaffen. Ja. Ach so, okay. Was, die Mauer auch? Ja, alles Mögliche. 16 Strafle. 16 ist gut. Ja. Ich dachte, wäre mehr geworden. 91. Ey, ich habe 24. Ah, Freezy, du bist aber da so durchgefahren bei deiner Zeit, ne? Nö. Und nö. Du bist 10 Sekunden schneller gewesen als ich. Ja. Ich komme nicht mehr an. Ich habe den schnell vergeben. Ich komme nicht mehr an. Jetzt wird es ja interessant mit den Medaillen nochmal. Falsche Richtung. Ja, bei dir nicht. Du hast zwei. Nee, aber bei euch zwei. Ich habe noch kein Gold. Bei euch zwei. Ja, Freezy könnte ich noch. Also wenn der liebe Josh mal jetzt auf Freezy einruhen würde. Ja, ich bin auch. Ja, genau. Ich diske. Aber ich weiß nicht, was Freezy sonst noch so ist. Er hat auch eine Gold, ne? Es reicht für Freezy. Oh, ein Punkt mehr. Tatsache. Schönes Ding. War spannend. Bis zum Schluss, Leute. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut miteinander vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.